Ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Starfield. Ich bin schon mal abgehoben, ich habe auch die Koordinaten für den neuen Planeten, für die Artefakte, aber wir wollen ja erstmal wegen den Kräften schauen, schauen ob da was Sinnvolles mit dabei ist. Und dazu werden wir mal die Mission markieren. Wo war das? Ja genau, machen wir mal das hier. Folgende Verzerrung auf dem Scanner erwirbt die Kraft auf Piazza 2. Okay, wo ist denn das? Da oben. Und zwar hier. Und das Ganze ist hier. Versausten zeigen, ich würde gerne hier den Kurs festlegen. Und springen, dankeschön. Bitte kein Weltraumkampf. Ach, das war ja das hier. Ähm... Jetzt ist die Frage. Hier, wer hat die Kraft? Landen. Mal sehen, ob das wieder easygoing wird. Also ohne, dass ich den Scanner nutze, habe ich so eine ungefähre Ahnung, wo es sein könnte. Wie hartnäckig das Leben sein muss, um hier zu bestehen. Selbst der Mensch hat Schwierigkeiten. So, äh... Wie war das mit F? Moment mal. Hier haben wir Verzerrungen... Es geht so... Es geht so ein bisschen in die Richtung. Hier. Äh... Ich glaube, da hinten. Ihr probiert es einfach mal aus. So. Scannen. Ehh... Haben wir das auch mal gemacht? Wo geht der Ping eher in die Richtung? Ne, es ist schon da vorne. Ja, es wird stärker. Kommst du eigentlich mit? Ja. Ja, ich würde mal sagen... Das da vorne ist es. So, machen wir nochmal den Sprung-Trick. Ja, stimmt. Das mit dem Ausbrust wollte ich auch nochmal irgendwann machen. Aber da... Wollte ich mich eigentlich noch umsehen, wo es ein guter Planet ist zum Starten. Da hätte ich mal das Interweb dafür gefragt. Da stand übrigens auch... Das mit dem Außenposten... Muss man eigentlich überhaupt nicht machen. Das ist absolut optional. Es gibt keine einzige Mission, die dich dazu zwingt. Das ist mal zum Machen. Ja, rauf da. Minus 65 Grad. Okay, das ist kalt. Sehe ich jetzt gerade. Aber will ich dann vielleicht doch was Warmes anziehen. Oh, ich würde sagen. Das ist es. Tempel Chi. Naja. Unglaublich, siehst du das jetzt zum ersten Mal, oder nicht? Warst du beim ersten Mal dabei? Ne, ne? Ja, jetzt müssen wir nur noch... Eingang finden. Das ist da schon mal nicht. Dann versuchen wir wieder so nach einer abgespaceden Tür. Hier auch nicht. Ne. Aber hier schweben wieder Dinge. Oder muss ich da vielleicht rauf auf das Ding? Gehen wir mal aus dem Weg. Ich bin mal da rauf. Ah, ja. Okay, das kippt da rein. Alles klar. Das sieht jetzt mal nicht so falsch aus hier oben. Gehen wir mal hier rein. Das ist schon mal ein Rätsel. Ne. Ich glaube, das ist nur Deko. Äh. Komm ich jetzt hier wieder raus? Komm. Er ist den Weg. Geh. Geh. Er ist den Weg. Geh weg. Dankeschön. Hm. Da warst auch diese Ringdinger da. Auch kein Eingang. Wo ist der Eingang? Was sind die Sachen da hinten? Ich würde mich nicht rauf gehen, wenn ich da jetzt runtergehe. Oder vielleicht sehe ich mir hinten einen Scanner oder irgendwas. Ne. Hier vielleicht? Moment mal. Waren wir hier nicht vorher? Wo ist mein Schiff? Keine Ahnung, wo mein Schiff ist. Auf der nicht ändernden Suche des Eingangs. Ja. Ich glaube, hier waren wir vorher. Da bin ich zuerst reingegangen. Ah, raufgegangen. So. Eingang. Wo bist du? Ja, vielleicht. Ja, ja. Ich gebe dir ja schon... ...Zeit. Ah, Eingang. Space Tür. Und wir sind wieder schwerelos. Ah, okay. Das Teil geht wieder ab. Ah, es ist wieder gleich wie vorher. Einmal. Zweimal. Drei Mal. Na, wo ist das nächste Mal? Ach, da oben, glaube ich. Oder? Ah, ne. Da. Mach mal. Wo ist es? Da ist es. Äh? Ah. Komm, 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 komm. Ah, ich muss schnell sein. Komm, 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 komm. Yo. Oder auch nicht. Komm her. Hä? Wie oft denn noch? Ähm. Was willst du von mir, dass ich tue? Oder bin ich echt nicht schnell genug? Jetzt? Jetzt. Und rein da. Und rein da. Bisschen. Oh. Scheiße. Ist das jetzt ein Fing? Scheiße, ich muss hier weg. Tschüss. Alla Level 30. Ich muss hier weg. Jo. Auf den habe ich keinen Bock. Wir können uns aber gerne bei meinem Schiff treffen. Da habe ich ein bisschen dickere Knau. Was für Kraft habe ich denn jetzt? Oh, shit. Und ich muss ja noch den Level abmachen. Aber ich glaube, den mache ich im Schiff. Oder mache ich den jetzt schnell? Ist ja, glaube ich, eh passiert. Ähm... Kräfte. Leben spüren. Stelle in Verbindung zu den Teilchen des Lebens her, um die Lebenskraft aller Menschen, Aliens und Sternenblüter wahrnehmen zu können. Das klingt spannend. Okay. Ah, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Ah, wie konnte ich... Okay. Wie ging denn das mit der Kraft nutzen nochmal? Hm. Moment, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Nachdem ist er nie nutzt, ne? Tastbelegung. Granate aktivieren. Kraft. Z. Warum legt man das auf Z? Okay. Können wir eigentlich Schnellreise machen? Äh... Mein Schiff. Da. Dankeschön. Ich glaube, je mehr wir da vielleicht von diesen Kräften haben oder suchen, umso aggressiver zu machen, oder werden die. Jo. Oder kann ich eventuell mit dieser Kraft Gegner aufdecken? Spring. Und zwar... Begib dich zum... Nein, das würde ich eigentlich nicht machen. Kraft auf dem Je... Zeit. Spiazza. Das hier. Okay. Karte. Ist hier noch was? Was ist es hier? Oder ist es da? Ach ne. Ist auf dem Planeten. Scanner Anomalie. Ganz in der Nähe. Einmal reisen, bitte. So. Landet doch direkt. So. Da. Landen. Landestützen bereit. Bremsraketen aktiv. Ja. Ich glaube, wir sind direkt davor. Kann das sein? So. Verlassen. mit solchen Organismen. Ja, bin fasziniert. Jo. Ist da vorne. Wer macht das nochmal mit der Kraft hier? Interessant. Ah, minus 12 Grad. Das geht ja noch. Äh. Da hinten sind Collision. Wenn es geht, würde ich nicht gegen die kämpfen. Jagend. Also, wenn ich jetzt da die Kraft mache? Geht nicht. Jetzt? Ja, ich nehme jetzt einfach der Wart, dass die da sind. Okay, Tempel-Beta. Ja, hat schon was. Und ich soll wieder mit ihm quatschen. Das hört nicht auf. Ich will auch keine Beziehung eingehen. Ist jetzt auch keiner dabei. Oh, das ist mal ganz schnell. Vielleicht auch noch anders. Satzweise irgendwo attraktiver oder interessant finde. Dass ich sage, das mache ich jetzt mit dem. So, tun auf, bitte. Neh mal. Mal nachladen. In alle Fälle. So, da la. Möge das Spiel beginnen. Oh, da ist das Erste. Ah, wo ist das Nächste? Mal gucken, schneller. Ist es? Da ist es. Da da. Komm, 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 komm. Nein. Fuck. Komm, 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 komm. Nein. Ah, warum trifft er der weg? Ich glaube, das war es. Nächste Kraft. Einer, da hat er nervt. Gravitationswelle. Ja, das ist wieder der Hüter. Der weg. Okay, gucken wir mal. Also. Neben spüren. Setze den Stoß an Schwerkraftfreiheit. Der starke Nussung fasst alles und jeden Wegzug hat. Ja, bitte. Das klingt witzig. Mal ausprobieren. Hey Kollege, komm mal her. Cool. Das könnte vielleicht nützlich werden. Okay. Okay, ab zum Schiff. Rieskowski. Hä? Captain, benötigen Sie meine Hilfe. Ja, Hilfe bei der Spielsteuerung. Hab ich das falsche gedrückt. Ich habe etwas für dich. Was denn? Ja, red halt mit mir. Ich muss über die Sternenblüter sprechen. Du hast doch kurz Zeit, oder? Eigentlich nicht, aber ja. Es war unglaublich. Geschoppt nicht, aber gut. Oder, wie können wir nicht den Rest unseres Lebens davon reden? Es könnte eine neue Ära für die Menschheit sein. Oder, es ist ein aufwendiger Streich, oder es gibt eine andere simple Erklärung. Ich glaube nicht, es war eine übernatürliche Sonderseite, wenn man jetzt den Tempel so sieht. Sie waren definitiv ungewöhnlich. Aber Aliens wirken so unmenschlich. Ich habe einfach so viele Fragen. Wir brauchen einfach mehr Daten. Es muss einen Weg geben, sie rauszulocken und herauszufinden, woher sie kommen. Ich glaube, die kommen schon zu uns. Wir wissen, dass sie das aktive Fakt haben. Und das ist entscheidend. Wir müssen in der Mitte, dass wir nicht böse sind. Ich glaube, es ist so eine Art Waffe. Weil sie wollen nicht, dass wir das irgendwie haben. Und wir können dann alles kaputt machen. Aber ja. Das könnte ein Wendepunkt für die Menschheit sein. Oder es könnte sich eine mächtige neue Fraktion erheben. Es könnte eine Art Elite-Militär-Tag sein. Eben. Oder ein gelangweilter Phantastiliadär. Wir wissen nur, dass sie das Artefakt wollten. Dringend. Ich will nicht... Wir müssen wissen, was sie antreibt. Stimmt. Dazu sind weitere Beobachtungen nötig. Weitere Begegnungen mit ihm. Und wer weiß. Vielleicht sehen wir sie nie wieder. Oh doch. Ich weiß. Schlechter Zeitpunkt, aber... Ich muss nachher mit dir reden. Ernst jetzt? Ja? Ja, habe ich. Hier. Spaghetti. Wie kann ich dir helfen? So, ich werde mal... Nein. Ich werde mal schnell einen Transfer machen. Inventar. Und zwar... Will ich... Abladen. Soßen. So, das war mit Tee. Teezen. Ja. Eigentlich alles nicht. Gut. Das war's. Und weiter mit der Hauptmission. Also. Einsteigen. Aufheben. Danke. Wir heben an. Fantastische Aussicht. Jo. Jo. Ähm. So, der Lehm. Haupt. Weiter so eine Bekannte. Gibt sich zu verleten. Summei. Blockkon. Eins von beiden. Okay. Wie weit ist denn das weg? Das ist gar nicht mehr so weit weg. Äh. Wo ist er? Da. Immer. Gemüblez. Farmer. Na, boah. Schon wieder Farmer. Dankeschön. Dankeschön. Südre. So, komm. Mal kurz scannen. Dann hätten wir das auch gemacht. Landen nicht möglich. Aber hier schon. Landestelle fixiert. Runter mit uns. Das ist schon faszinierend, was die Technik so alles kann, ne? Nicht möglich. Ja, das war ja klar. Warte mal. Wo ist denn... Ja. Ja. Ja, toll. Er läuft nach unten. Oh, grünnt doch. Nee. Er ist noch nicht ganz tot. Oh. Alter. Warum kann ich kein... Hm. Wohl eigentlich eine Granate auslösen. Ja. Nicht sehr viel Schaden. Hm. Nicht sehr viel Schaden. Einmal heimbildet. Danke. Klar. Ich habe Zeit. Waffe mit Verumf. Du warst ja nur der Single-Schuss hier. Schauen, was du so machst. Schutzgeneration. Okay. Ihhh. Waffe kann ein bisschen was. Trau dich. Sind die drinnen? Woah, woah, woah. Was zum... Robert habe ich jetzt nicht gerechnet. Kommen ich da auf der Seite vorbei. Ich bin beratet. Du nicht. Ich glaube, ich habe getroffen. Ernst jetzt? Warte mal, ist die Waffe so schlecht? Ah, das gibt es auch nicht. Okay, also wir haben drinnen noch... Uh. Spielzeug. Ja, der Meinung bin ich auch. Ja, die sind drinnen. Erstmal looten. Das lassen wir hier. Da hinten waren ja auch noch Collision. Welcher Entzünder? Ey, das ist ja genau gleich aufbaut wie beim letzten Mal. Wollen wir mal reinschauen. Ey, das gibt es nicht. Warum? Warum kann ich keine Granate werfen? Schabdell-Granate. Ja, danke. Und da ist eine Granate geworfen worden. Nein. Oh, jedes Mal der falsche Button. Hallo. Ey. Ich. Danke. 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 Okay. Komm, schau doch mal her. Okay. Oh, er ist am Kriechen. War am Kriechen. Fuck. Gesundheit. Mehr. Nee. Nicht, wenn die hinter der Deckung sind. Sag mal, die Waffe, die du da hast. Die Zwirbelgonsche. Wann ich die haben? Ich bin getroffen. Ich kann dir nicht... Alla. Ja, ich glaube, wir gehen mal mit Schrotflitte. Okay. Was ist das für eine Waffe? Das war's nicht. Was? Nein. Will ich diese Waffe da haben? Applativ. Alien-Keebabs. Alles klar. Granaten her damit. Okay. Was kann diese Waffe? Ich würde es sehen. Neue Items. Applativ-Kalibriere-Dieb. Ach, das ist ein Rucksack. Wie ist 15% der Liter-Energie-Schaden? Das würde ich haben. Ansonsten... Waffen. Okay. Cool. Irgendwas von wert. Safe Expert. Das kann ich gerade wieder vergessen. Irgendwas wertvolles. Das ist... Nee. Gut. Hier drin. Oh. So. Ja, Flasche nehme ich mit. Ja, ansonsten sind wir hier fertig, glaube ich. Oh, mein Nachbar da oben. Die Mittell hat so wieder geile Waffen wie beim letzten Mal. Autsch. Das war's. Okay. Und jemand daheim? Nein. Hm, 918. Nehmen wir mal mit, wenn wir dann einlagern. Nehmen wir auch mit. Alles für Credits. Hm, 3000. Ach komm, wir nehmen mal ein paar Waffen mit. Zum Verscherbeln. Mache ich mal zwischen der... Episoda. 900. Hm. Hier noch irgendwelche Goodies? Ah, hier drin vielleicht. Nö, ganz viel nix. Okay. Ja, okay. Wir sind fertig. Ach, warte mal. Da sind sie schon. Nice. Ich sehe zumindest eine noch. Bist du wieder oben wie beim letzten... Ja, natürlich. Zwei. Ich muss näher dann. Hallo Granate. Ich habe das schon tausendmal gemacht. Nö, kommst du runter? Sind alle beide am Leben. Die Versprochenen werden weiterleben. I.M. Noboplast Disruptor. Komm, Schuss. Äh, wo ist der andere? Hä? Wo ist der hin? Ach, da. So, total. Nice. Sonst irgendwelche Goodies? Nö. Dann schauen wir mal unten rein. Ach, er stimmt ja. Panel nutzen zum Tür öffnen. Dankeschön. Hast mich gerade ein bisschen erschreckt, mein Kollege. Nö. Neh, ich nehme mich mit. Was ist das? Ne. Juhu. Der ist nehme ich mit. Gäse Tomate. Ne. 2-2-5. Nö. Uuuuh. Genau, so nehme ich mit. Sollte mein Schlossknack ein bisschen verbessern. Ja, wie immer. Ne. 4790. Mitnehmen. Hätte ich vielleicht in der Vergangenheit machen sollen. Ich muss noch mehr Waffe mitnehmen zum Verscherbeln. Äh, es ist einfach exakt gleich, ne. Gut. Ja, komm. Oh, oh. Oh, oh. Sehr gut. Uuuuh. Oh, okay. Was haben wir da gerade bekommen? Was ist denn? Ein Anzug, glaube ich. Machen wir mal. Was ist das da? Cool. Hm. Keil. Mal ausprobieren. Gut ist's? Nee, da komme ich nicht rein. Medipack, Hermit, brauche ich sowieso. Ja, da haben sie jetzt überhaupt nicht Reusing gemacht. Von Assets und von der Location. Das ist einfach genau das Gleiche. Wow. Okay. Oh, geil. Wir kriegen geile Sachen. Was ist das mit den Gegnern? Tust du mir eigentlich irgendwas, wenn ich in die Nähe komme? I guess not. Ah. Wo? Nachladen, bitte. Scheiße. Hallo? Wo ist er? Nee, da ist er jetzt nicht tot, oder? Okay. Ich finde es bestätig, dass die Level 30 sind. Sagen wir mal, das neue Item. Ah, erfahren im All. Plus 30 Schaden im All. Und minus 15 Schaden, während du dich auf dem Planeten befindest. Extrem hohe Feuerrate. Ja, ich schaue mir das. Ich habe die Gelegenheit doch mal an, welche Waffen ich mitnehmen möchte. Ihr seid eklisch, wisst ihr das? Nee, das lassen wir lieber... Oh, da unten sind noch Gästen. Äh, nö. Nichts interessantes Credits aber. Das hätte ich gerne. Ja, gut. Wir sind fertig. Ob sie jetzt auch noch draußen warten? Aber ja, gibt es schon einen großen Minus... Moment, habe ich da was übersehen? Großen... Ja, habe ich einen großen Minuspunkt. Dass sie da einfach auch die Location re-usen. Einfach so überhaupt nicht anders. Gut, die Gegner sind anders, aber... Das ist jetzt schon ein bisschen lame. Ja, klar. Die Schiffslandung mal wieder. Ich würde gern zu meinem Schiff... Kann ich. Dankeschön. So, abheben. Diesmal ohne verlassen. Dann mal auf ins Unbekannte. Finale Umlaufbahn erreicht. Orbit stabil. Sehr gut. Dann... Gehen wir gerade schon mal auf den nächsten Planeten. Der... Nicht hier ist. Sondern da unten. Prokombi... Sprung. Sprung abgeschlossen. Komponente wieder normal. Sehr gut. Und ich würde sagen... Den Planeten schauen wir uns in der nächsten Episode an. Aber... Wenn wir jetzt Glück haben... Dann ist es genau gleich... Wie jetzt beim anderen Planeten. Was eigentlich... Schade ist. Ich werde mir erstmal die Waffe nochmal angucken. Was ich da jetzt mitnehmen will. Und was nicht. Und eventuell noch ein paar Zeugs ablegen. Wird mein Level Up noch machen. Und dann schauen wir weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.